Hallo meine Lieben und willkommen zurück zur wunderbaren Dremaine-Geschichte von Sanna 2907. Heute lesen wir Kapitel 33. Noch lange an diesem Abend waren Hermine und Draco zärtlich zueinander, aber die Hexe ging dann noch spät in ihre Räumlichkeiten zurück. Es war noch nicht an der Zeit, wieder diesen letzten Schritt zu gehen, sich endgültig miteinander zu verlieren. Zwar fehlte ihr Draco schon nach Minuten schrecklich, aber sie beschloss, vernünftig zu sein und der Sache die nötige Zeit zu geben. Bei einigen weiteren gemeinsamen Essen in der großen Halle bemerkte sie jedoch, dass der Elfenfunk im Schloss tatsächlich bestens zu funktionieren schien. Besonders die älteren Schüler sahen jetzt öfter interessiert zum Lehrertisch hinauf und Hermine erntete von einigen Schülerinnen aus Dracos Haus sogar neidische Blicke. Amüsiert schmunzelnd stellte sie fest, dass der beliebte Hauslehrer nichts von diesem Drama zu bemerken schien. Ungerührt vertilgte er sein Mittagessen. Du scheinst bei deinen Schülerinnen ja sehr beliebt zu sein. Irritiert sah er von seinem Teller auf, schenkte den armen Mädchen ein entwaffnendes Lächeln und wandte sich dann zu Hermine. Natürlich, ich bin der liebste Lehrer der Welt, wenn ich es möchte. Oh, ich glaube, den Damm gelöstet es nach etwas anderem. Jetzt lachte der Zauberer laut auf und legte unter dem Tisch verstohlen seine Hand auf Hermines Bein. Nun, sie haben Pech. Schließlich gehört die wunderbarste Frau im Schloss nun zu mir. Damit nahm er sein Besteck wieder auf, um seelenruhig weiter zu essen. Ein wenig abseits gab es jedoch noch jemanden, der das Paar heimlich beobachtete. Lucier. Ihm waren einige Gerüchte zu Ohren gekommen, die seine Mutter und Mr. Malfoy betrafen. Irgendwas verbannt die beiden und er hätte zu gerne gewusst, was es war. Die Elfen waren furchtbar geschwätzig und hätte sich schon manch dummen Kommentar seiner Mitschüler anhören müssen. Anscheinend verbrachte Mr. Malfoy und seine Mutter die Abende miteinander, ohne dass seine Mutter ihm davon erzählte. Insgeheim bewunderte er den blonden Lehrer sehr, aber fasziniert von dessen Wissen, dass dem seiner Mutter in nichts nachstand. Das war eigentlich schon beeindruckend genug, aber da war noch mehr. Lucien wollte so sein wie sein Lehrer, irgendwann in ferner Zukunft. Mr. Malfoy war streng, aber immer gerecht. Stets behandelte er die Schüler fair, auch die, die nicht so viel wussten. Der Hauslehrer konnte lustig sein, aber auch sehr ernst, besonders wenn er über die Vergangenheit und Lord Voldemort sprach. Immer mahnte er seine Schüler, es nie wieder so weit kommen zu lassen und er hatte absolut recht damit. Nicht zuletzt hatte er niemals zuvor einen erwachsenen Mann getroffen, der ihm so ähnlich war, äußerlich. Der Gedanke an seinen verschollenen Vater war kurz durch seinen klugen Kopf gezuckt. Schließlich war Mr. Malfoy in etwa so alt wie seine Mutter. Nergisch hatte er sich dann zur Ordnung gerufen und sich gezwungen, nicht derart töricht und kindisch zu denken. Pünktlich um neun Uhr am Samstagmorgen wartete Draco auf Hermine in der Eingangshalle. Er grüßte flüchtig einige Schüler, die bereits hinaus eilten und ihn dabei neugierig ansahen. Ein leises Räuspern ließ ihn herumfahren und dort stand sie. Stand dort, um mit ihm nach Hogsmeade zu gehen. Weißt du, dass ich immer von diesem Anblick geträumt habe? Nach Hogsmeade zu gehen? Nicht doch. Mit dir nach Hogsmeade zu gehen, ganz offen und vor alle Augen. Galant bot er ihr seinen Arm, den sie lächelnd ergriff. Du siehst, wenn ich das bemerken darf, bezaubernd aus. Ich werde in diesem Hexenkessel gut auf dich Acht geben müssen. Lachend trat sie in den regnerischen Morgen hinaus, wobei Draco fürsorglich einen großen Schirm zauberte, der frei über ihren Köpfen schwebte. Auf dem Weg hinunter ins Dorf besprachen sie sehr ernst die Vorgehensweise Lucien betreffend. Schnell waren sie einig darüber, dass nur die Wahrheit in diesem Fall das Richtige war. Am Sonntagabend galt es mit Minerva einen Termin zu finden, an dem man Lucien aufklären konnte. Den Rest des Weges gingen sie in gemütlichem Schweigen, wobei sich Dracos Arm bald um ihre Hüfte stahl. Kurz vor dem Dorf aber zog er sie plötzlich in einen kleinen Hohlweg. Hey, was wird denn das? Wonach sieht es denn aus? Augen zu, denn das möchte ich schon den ganzen Morgen tun. Sein zärtlicher Kuss ließ ihre Beine leicht zittern und erst als Stimmen zu hören waren, ließen sie widerwillig voneinander ab. Im Dorf machten sie erst Schreiberlings Schreibwaren einen Besuch, deckten sich mit Lehrmaterialien ein und hielten einen kleinen Tratsch mit dem Inhaber des Ladens. Im Anschluss betrachteten sie die Schaufenster von Zonkos Scherzartikel hatten, wobei Draco einigen Schülern des Hauses Slytherin, die gerade einige Stinkbomben erwerben wollten, durch die Scheibe mit dem Finger drohte. Die erschreckten Schüler suchten angsterfülltes Weite und Hermine knuffte ihn unsaft in die Seite. Die armen Jungen. Oh, keinesfalls die armen Jungen. Ich kenne die nur allzu gut und gerade habe ich mir irgendeinen Stinkbombendreher erspart. Er schüttelte nachsichtig lächelnd den Kopf. Natürlich nur, wenn sie nicht gleich wieder hier auftauchen. Kurz darauf betraten sie den Honigtopf. Hermine schloss genießend ihre Augen. Hm, wie es hier duftet, genau wie damals. Such dir was aus, Liebes, ich zahle. Heute Abend will ich im Warmen etwas Süßes essen, denn leider bist du nicht essbar. Sei nicht albern, Draco. Keineswegs. Naja, vielleicht vernasche ich doch lieber dich. Damit ging er ungerührt, um einige Schokofrösche in sein Körbchen zu füllen, während Hermine versuchte, mit den neu gekauften Pergamenten die leichte Röte von ihren Wangen zu hiedeln. Erfolglos. Schließlich gab sie auf, nahm Draco beim Wort und kaufte ebenfalls ein. Mit vollen Tüten gingen sie schließlich auf ein Butterbier in die drei Besen, wo sie einige Kollegen trafen. Professor Sinistra und Professor Flitwick rutschten bereitwillig zur Seite und auch die Schulleiterin freute sich, ihre Schützlinge zu sehen. Wie ich sehe, habt ihr schon eingekauft, aber leider macht uns das Wetter ja einen Strich durch die Rechnung. Madame Rosmörter servierte noch zwei Butterbier und sie verlebten einen lustigen, interessanten Nachmittag mit ihren Kollegen. Dass sie einander nach einer Weile bei der Hand nahmen, wurde zwar registriert, dann aber als gegeben akzeptiert. Es dämmerte bereits, als sie sich auf den Weg zurück zum Schloss machten. Wieder gemeinsam unter einem Schirm, denn der Regen war eher mehr als weniger geworden. Sie ließen sich ein wenig hinter ihre Kollegen zurückfallen, um sich ungestört unterhalten zu können. Hast du Lust auf einen gemütlichen Abend? Und ob? Und außerdem hast du mir Süßigkeiten versprochen. Habe ich das? Zuerst brauche ich aber nach diesem lausigen Wetter im Arm des Bad und ich gedenke, das Vertrauensschülerbad dafür zu beanspruchen. Und wenn ein Vertrauensschüler baden möchte? Tja, Pech gehabt. Als ausgewachsener Zauberer weiß ich, die Tür entsprechend zu sichern. Er lachte leise und legte einfach wieder einen Arm um sie. Gut, dann komme ich danach zu dir runter. Plötzlich blieb er stehen und drehte die Hexe zu sich um. Eine Weile sah sie einfach an. Wenn du lieb bist, darfst du mitkommen. Verstuhlen sah er den anderen Professoren hinterher und zog sie dann sanft in seine Arme. Bitte, es wird sicher angenehm. Hermines Hand zitterte, als sie diese zärtlich an seine Wange legte. Also gut, ich komme mit.